Ja, hallo Freunde, hier ist der Levis K12 mit einem Levis Zockt Video. Ja, Mr. Hitman steht bereit und ich werde erstmal diese Mission zocken hier. Wir sind hier in Australien, Sydney, wir müssen auf die Yacht und bei Hitman gibt es ja verschiedene Wege, die man machen kann. Das Fenster ist immer gut, reinsteigen und als erstes muss wohl dieser arme Techniker dran glauben. Danke für die Kleidung. Und den verstecken wir am besten hier in diese Toilette, wo auch Männer und Frauen gleichzeitig reingehen können. So, na, der Hut sitzt, die Weste auch, also geht's los. So, durch die Luke können wir direkt aufs Boot. Am besten ohne großartig aufzufallen. Gehen wir mal in diesen Raum hier, der wichtig ist. Denn da haben wir etwas Rattengift. Das ist wichtig. Hier ist die Toilette vom Oberdeck. Da haben wir einen Chefkoch oder Schiffskoch, der gerade was am Abspecken ist. Na, willst du meine Faust spüren? Oder meinen Hügelgriff? So, jetzt nehmen wir seine Klamotten. Und legen wir ihn aufs Eis, damit er auch frisch bleibt. So. So, unsere Zielperson ist da hinten. Ich glaube, da gehen wir nicht hin, sondern wir müssen eine Etage höher. Hallo, Sailor! Hallo, Sailor! Bist du etwa verknallt in den Sailor? Okay. Ich weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe. Hey, Schiffpack! Das ist ein Klamotten! Da, Sight! Go! Come hier! Oh, ich brauche Hilfe! Take her, du siehst! Für Christ's sake! Hilfe! Ich habe es jetzt geschafft, den zu killen. So, wir können sogar Speicherplatz aussuchen, das ist gut, das ist sehr vorteilhaft. Denn so müssen wir nicht immer von vorne beginnen. Und können direkt an der Stelle weiterzocken, wo er halt gespeichert hat. Hey. Okay, unlike Mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Ach, da hätten wir noch was machen können mit einer Brechstange. So. Da ist noch eine Brechstange. Ja gut, wenn es nicht mit Gift geht, dann können wir es halt mit, aber erstmal hier den Typ erledigen hier. Oh. Das war's für heute. Oh. Something's going down. Be advised, initiate. ICA clients rely on our discretion and do not expect the ultimate damage. He's right there. Hey, Psycho! You'll die at... Nein, oh Mann, Leute, 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 ist das, naja, ich glaube, das sollte erstmal genügen für den ersten Levi's Sockt Video, ein kleiner Vorgeschmack, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich sage bis zum nächsten Mal, bye, bye.